Woche 4 bringt die Jury an ihre Grenzen. Es wird eine echt taffe Entscheidung. Ich kann meine Brüste machen, Sunny & Bunny. Sunny & Bunny? Ich wusste nicht genau, was sie machen in diesem Moment. Also Papi ist es mehr so... Sorry, wo sind wir jetzt hier? Und für dich ist der Weg heute leider zu Ende. Überraschende Wendungen bei Switzerland's Next Topmodel. Mittwoch, 20.15 Uhr, ProSieben.